Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, heute zum zweiten Mal mit Heiko Schöning, einem Arzt, Sportler und Autor und ich glaube noch vielem mehr, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, aber sicherlich der Superlative. Heiko Schöning, ist er ein Prophet? Ich glaube nicht, aber er ist auf jeden Fall jemand, der enorm sorgfältig recherchiert und in seinem neuesten Buch Angriff auf das Mikrobiom schon ein bisschen prophetisch hier beschreibt zum Beispiel das Wexner Medical Center eine Frau Dr. Goff. Hier geht es um Antibiotika, steht viel dazu, das wollen wir hier jetzt gar nicht so vertiefen, sondern das ist ein Buch vor einem Jahr von dir geschrieben, lieber Heiko. Und wie durch ein Zufall tritt all das ein, was du da schon beschrieben hast. Es geht erneut um die antimikrobiellen Resistenzen, die das Ärzteblatt hier als ein globales Thema beschreibt. Und gestern haben wir erneut im Ärzteblatt Kampf gegen Tuberkulose zeigt Wirkung, aber mehr Geld nötig. Das finden wir sowohl in deinem Buch, lieber Heiko, wir finden es auch in meinem Buch, wo habe ich es, da hinten steht es, rund um den Pandemievertrag. Da bin ich auf die antimikrobiellen Substanzen gestoßen, die ja nun per se als sozusagen keine infektiösen, übertragbaren Viren sind, aber trotzdem in den Pandemievertrag reingerutscht. Lieber Heiko, wir machen weiter mit dem, worauf du uns angesprochen hast. Du wolltest kurz rein. Genau, das heute soll ein Update sein. Schön, dich wieder zu Ihnen, Beate. Ein Update für all diejenigen, die sich fragen, so nach fast einem Jahr, nachdem jetzt mein Buch rausgekommen ist und ein paar Monate später dein Buch zu WHO. Die fragen sich ja, entwickelt sich das ganz genauso? Ja, es entwickelt sich genauso. Und das ist nicht prophetisch, sondern es ist kriminalistisch, es ist forensisch. Es ist so, als wenn man eine Bankräuberbande über längere Zeit beobachtet und dann sagt, die haben einen großen Einbruch vor und das wird die und die Bank sein zu dem Zeitpunkt. Und die wollen dort einbrechen. Und das sind die Werkzeuge und das ist das Fluchtfahrzeug. Das hat also nichts mit Profitie zu tun, sondern einfach mit Kriminalistik. Und genauso entwickelt sich das und es ist ernst zu nehmen. Denn das, was beschrieben ist, dass eine weltweite Bakterienpanik vorbereitet wird, das sehen wir gerade, dass sich das ganz konkret entwickelt. Und du hast gerade diesen neuen Artikel vom Ärzteblatt hochgehalten und da ist was ganz Wichtiges. Da geht es ja um Mykoplasmen. Was ist das? Das ist Tuberkulose, auch TBC abgekürzt. Das kennen viele. Das war vor Jahrhunderten sozusagen die Geißel der Welt. Mykoplasmenbakterien stecken dahinter. Die gute Nachricht ist aber, die sind gar nicht so groß gefährlich, wenn die Leute gut ernährt sind und ein gutes, normales Immunsystem haben. Sobald sie halt in ganz schlechten Verhältnissen sowie in Kriegsverhältnissen leben, steigt die Rate an. Aber es ist keine große Bedrohung für unsere normale westliche Zivilisation. So, und der Punkt ist, dass jetzt plötzlich gesagt wird, oh, die Zahlen der Tuberkulose steigen plötzlich dramatisch an. Sie verdoppeln sich. Und das ist halt genau der Blödsinn. Das ist nämlich ein Statistiktrick. Die Tuberkulose-Fälle haben sich nämlich um die Hälfte reduziert während der Corona-Zeit. Ja, was ist denn da passiert? Genau. Während der Corona-Zeit wurden einfach die ganzen TBC-Kranken, die Tuberkulose-Kranken, jetzt plötzlich nämlich als Corona-Kranke und Tote gezählt. Das war ein Statistiktrick. Und jetzt, was wir sehen, ist nämlich die Rückholung in den Statistiken, dass nicht mehr so viele Covid-19-Fälle da sind, sondern jetzt wieder als ganz das normale TBC-Fälle, also Tuberkulose-Fälle gezählt werden. Und siehe da, was passiert in der Statistik, ja, gehen die Tuberkulose-Fälle hoch. Und das ist wieder so dieser Trick, der eben nicht gesagt wird. Und jetzt schreit natürlich die WHO, nicht? Und halt ihre gesponserten Blätter schreien jetzt danach, wir müssen uns jetzt gegen Bakterien schützen und neue Medikamente entwickeln, die auch Impfung sind und mRNA. Und vor allem, ja, das ist ja auch Sinn und Zweck des Pandemievertrages, Geld dafür uns den Staaten wieder aus der Tasche ziehen. Milliarden schweres Geld. Und das hast du aber dennoch, das muss ich ja doch mal nochmal reinhalten. Und du hast es hier in deinem Buch tatsächlich auch beschrieben unten. Deutsche Regierung erneuert Engagement für Kfx, Millionen für die Erforschung und Entwicklung antimikrobieller Resistenzen bereitgestellt, Boston, 27. Juli 2023. Lieber Reiko, du hast eben tatsächlich kriminalistisch gearbeitet. Du hast mich, deswegen sind wir auch überhaupt hier zu dieser kleinen Serie, die es sicherlich werden wird, gekommen. Du hattest letzte Woche auf deinem Kanal auf eben diesen 170-seitigen Bericht der WHO hingewiesen. Und das ist ein folgender Bericht, der heißt Abschätzung der Auswirkungen von Impfstoffen auf die Verringerung der antimikrobiellen Resistenz und des Antibiotikaverbrauchs. So, jetzt habe ich den mir angeschaut und auch auf Deutsch übersetzt. Das ist ein bisschen schwierig. Ich kann den leider noch nicht irgendwie ins Internet stellen oder auf die Homepage. Aber man sieht so ein paar Dinge. Zunächst einmal würde ich sagen, wenn ich sehe, wie viele daran teilgenommen haben, das ist eine jahrelange Arbeit und ich würde sie für 100 Millionen Euro schwer schätzen. Tatsächlich. Es ist sogar noch viel mehr als 100 Millionen Euro. Ja, und du wolltest wahrscheinlich auch 100 Milliarden Euro eher sagen. Nein, die Kosten nur für diesen Bericht. Nicht, was tatsächlich dahinter steckt, sondern ich würde die Kosten, wenn du dir das anschaust, wer da dabei war. Aber ich will auch sagen, wem dankt die WHO? Wir danken, ich zitiere aus diesem Bericht, der Bill und Melinda Gates Foundation für die Unterstützung dieser Arbeit und dem Welcome Trust für seine Unterstützung bei der Organisation der ersten Sitzung der WHO Technical Advisory Group on Vaccines and AMR. Also der ersten technischen Beratungsgruppe über Impfstoffe und antimikrobielle Resistenzantibiotika. Und wie durch ein Wunder, auch ich habe in meinem Buch den Einfluss der Stiftungen auf die WHO beschrieben. Und hier in der Tat unter anderem die Bill-Melinda-Gates-Stiftung ganz oben. Dann kommt der Welcome Trust natürlich immer mit dabei, eigentlich auch die Rockefeller-Stiftung. Ja, genau. Und Bill Gates ist, das ist jetzt vielleicht das Wichtigste, was wir in diesem kurzen Video da noch mit sagen. Bill Gates ist im Frühjahr 2024 nach Hamburg gekommen zur Bild-Zeitung, zur Springer-Presse und hat dort ein Exklusiv-Video-Interview gemacht. Ja, und hat dort gleich in den ersten zwei Minuten gesagt, ja, was er mit dem Mikrobiom vorhat. Hat der dein Buch gelesen? Ja, das steht noch nicht in dem Buch drin. Das ist ja erst etwa ein halbes Jahr nach dem Erscheinen des Buches, ist das ja erst passiert, dass Bill Gates persönlich nach Hamburg gekommen ist und es ausgeplaudert hat. Und das ist ein ganz wichtiges Beweisstück, wenn man sich diese zwei Minuten Interview von BILD, ja, im Video anschaut. Das kann man bei BILD.de auf YouTube zum Beispiel sehen oder auf meinem Telegram-Kanal auch. Schieb es doch mal, dann stellen wir es nochmal auf unsere Kanäle. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn er ist aus dem völligen Nichts, ist da plötzlich gefragt worden, Herr Gates, können Sie uns das mit dem Mikrobiom im Detail erklären? So, wie bitte? Und dann sagt er, ja, das mit dem Mikrobiom der Mütter ist so ganz, ganz, ganz schlimm. Da sterben ganz viele Babys und ich will da auch was machen, ja, und erklärt halt das Darmmikrobiom und das vaginale Mikrobiom der Frauen. Und genau darauf zielt es auch ab. Ja, und das ist wirklich der Beginn des Angriffs aufs Mikrobiom. Und wer diese zwei Minuten sieht, der sieht, Moment, hier ist ja was faul. Das ist ja eine geskriptete Werbekampagne, so wie das da war, weil das ist nämlich von denen halt ein Fehler gewesen, ein Fauxpas, nicht? Die Absprache war nicht perfekt zwischen denen, so kann jeder sehen, Moment mal, wieso kommt er nach Hamburg und wird und redet plötzlich einfach über das Mikrobiom, ja? Wird zum Mikrobiom gefragt, out of nothing, ja? Und das ist der Angriff halt auf unsere gesunde, natürliche Darmflora, die von Bakterien besiedelt wird. Das nennt man insgesamt halt Mikrobiom. Ich halte, lieber Heiko, dein Buch nochmal in die Kamera. Du beschreibst das natürliche Mikrobiom als die Feldwiese, die bunt ist und viele verschiedene Pflanzen enthält. Und stellt sie gegen die Monokultur, also das Rapsfeld, glaube ich, war es, ne? Also, Heiko Schöning beschreibt ganz viel in seinem Buch, dass wir auch immer wieder bei unseren nächsten kleinen Videos, wir wollen euch nämlich überhaupt nicht überfordern, sondern ich denke und hoffe, dass das für auch die Zuhörer und Zuschauerinnen passt, kurze, kleine Videos, lieber alle ein, zwei Wochen euch informieren über diese Attacke. Heiko, können wir sagen, dass das eine Attacke ist, wie wir sie in unseren Büchern beschrieben haben und dass sie damit schon ziemlich weit sind? Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, allerdings. Und deswegen einmal halt dieses Bildinterview, das muss halt geteilt werden, das muss jeder sehen. Und das andere ist jetzt ganz aktuell, jetzt Oktober 2024, die neuen WHO-Dokumente. Du hast dieses 170-Seiten-Papier, das ich ja zuerst halt auf meinem Telegram-Kanal beöffentlicht habe, genannt. Da steht eine ganze Menge drin. Und gerade halt die Tuberkulose ist da ganz eben auffällig. Das wird als die Nummer 1 genannt. Und eben auch der Rückgang der Fälle mit dem Statistiktrick. Und jetzt auch, wie du es neu gerade geheißen hast, mit dem Ärzteblatt, welches da jetzt nämlich schon anfängt, die Panik zu machen. Es geht darum, letztendlich zu sagen, oh Gott, hier sterben ganz viele Menschen mit Bakterien und jetzt müsst ihr alle halt ein ganz neues, gentechnisch hergestelltes Antibiotikum zu euch nehmen. Und das haben die tatsächlich direkt eben vorbereitet. Und die Produktionsfirmen, naja, hey, wer ist da der Direktor? Ein Direktor direkt von der CIA. Wow, genau. Und diese spannenden Zusammenhänge, die hast du in deinem Buch alle sehr ausführlich beschrieben. Ich bin da wirklich beeindruckt. Zu dem Bericht schlage ich vor, dass wir uns nächste Woche darüber weiter unterhalten, zu den Botschaften des Berichts, zu den Schwerpunkten des Berichts. Wir können also feststellen, die Panikmache, ja, die 2020 in Sachen Gesundheit wirklich bis in den Exzess getrieben wurde, sie geht weiter. Wolfgang Wodag war vor zwei Tagen in Heidelberg und sagte, wann immer er irgendwie über eine neue Panik hört, schaut er ins Börsenblatt. Und da würde er immer fündig. Ich denke, das ist genau das, was du ja auch in deinem Buch beschreibst. Es ist zwar krimineller, aber zunächst einmal geht es darum, die Arzneimittel und Impfstoffe, die in der Pipeline sind, schon längst entwickelt, aber vielleicht so Ladenhüter an den Mann zu bringen. Ist das so? Ja, es sind neue. Es sind halt Impfstoffe, genauso wie diese Antibiotika, sind gar keine, sondern es sind Gentherapien. Es sind mRNA-Gentherapien, die dort bei National Resilience, wo Chris Darby von der CIA-Direktor ist, entwickelt werden, die jetzt auch heute den Impfstoff für Moderna herstellen, auch eigentlich Gentherapien. Und das Ganze lässt sich nicht nur produktionstechnisch, kriminalistisch und medizinisch nachvollziehen, sondern auch eben juristisch. Und das haben wir in dem WHO-Pandemie-Vertrag. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben zusammenarbeiten und diese einzelnen Wege eben verfolgen, juristisch wie forensisch, medizinisch auch. Lieber Heiko, das machen wir. Deswegen freut es mich, dass wir heute zum zweiten Mal zusammengekommen sind. Ich schlage vor, nächste Woche geht es hoffentlich weiter, spätestens übernächste Woche. Ich hoffe, ja, diese kleine Serie findet Gefallen und Anklang. Bleibt dran, teilt uns auf allen Kanälen, auch außerhalb von Telegram, auf YouTube, auf Twitter, wo auch immer. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Vielen Dank.